So Leute, jetzt zu den wunderschönen Löwe-Lautsprecher aus dem CAT von KW-Audio natürlich Soweit ich weiß kommen die Treiber von KW-Audio aus China, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir auch gerne in den Kommentaren korrigieren Aber da sind halt noch alle die Qualitäts-Sink Weil die neuen von Liga Löwe, die kommen aus Ungarn Hab ich sogar noch einen hier Das ist jetzt ein Hochtöner Made in Hungary, hergestellt in Ungarn Die ist aus der Löwe-Hornbar aus den Videos 5 vor oder irgendwie so Keine Ahne 5 oder 10 Videos vorher, bevor das Video kommt Müsst ihr mal schauen, da findet ihr das Müsst ihr mal schauen? Müsst ihr mal schauen? Müsst ihr mal schauen? Also Leute ich hatte schon erwartet, das die 10D viel lauter sind aber... Klang richtig geil, also da kann man gar nicht viel sagen, also für die damaligen Verhältnisse, dafür dass die Teile noch in Röhrenfernseher eingebaut wurden, echt geiler Klang, ich habe gerne den Röhrenfernseher gehört, also tschüss bis zum nächsten Video.